Auswärtsfahrten können mitunter wirklich nervenaufreibend sein, besonders wenn der nächste Gegner mehrere Autofahrtstunden entfernt liegt. Doch selbst wenn wir von Fahrten wie von Freiburg nach Hamburg oder von München nach Bremen sprechen, die schon als absoluter Horror empfunden werden können, sind die Strecken, die deutsche Mannschaften auf sich nehmen müssen, noch vergleichsweise akzeptabel und machbar. Doch es gibt Länder, in denen das Ganze noch viel extremer ist. Einige Fans müssen mehrere tausend Kilometer zurücklegen und mehrere Tage reisen, um überhaupt ein Auswärtsspiel besuchen zu können. Und wenn man nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um immer mit dem Flugzeug zu den Spielen anzureisen und man noch nicht das Teleportieren entdeckt hat, wie plötzlich die Charaktere aus Game of Thrones in der achten Staffel, bleibt viele nur der anstrengende Weg mit dem Auto oder über das Wasser übrig. In unserem heutigen Video werfen wir einen Blick auf Achtfußler Vereine mit einer sehr, sehr merkwürdigen Geografie. Bevor wir mit dem Video starten, gibt es einen kurzen Disclaimer. Mit Geografie meine ich eher die geografische Lage auf der Karte. Also ist der Verein abgegrenzt von den anderen oder liegt er auf einer weit entfernten Insel oder liegt er nicht dort, wo du ihn eigentlich vermutest. Dinge wie steht das Stadion des Vereins auf einem Berg, in einem Berg oder neben einem Berg ist für das Video nicht relevant. Auch Entfernungen allein sind kein Aufnahmekriterium, sondern wie abgeschieden der Verein von den anderen Vereinen ist. Was ich auch rausgenommen habe, sind Vereine, die in einer anderen Liga eines fremden Landes spielen, wie beispielsweise Swansea in England, Ars Monaco in Frankreich, FC Vaduz in der Schweiz oder FC Andorra in Spanien. Diese werde ich nicht berücksichtigen, da ich dazu schon ein separates Video gemacht habe. Seht es euch nach dem Video unbedingt an. Ich möchte zum Ende nochmal anmerken, dass hier sehr, sehr viele Vereine aus den verschiedensten Nationen hier auftauchen und hier, glaube ich, kein einziger deutscher Verein dabei ist. Leider vergessen viele in den Kommentaren, dass ich nicht jede Sprache auf der Welt spreche und demnach auch nicht alles 100% korrekt aussprechen kann. Zwar respektvolles Hinweisen, wie was betont wird und wie was ausgesprochen wird, ist absolut in Ordnung, aber wenn die Kommentare hauptsächlich daraus bestehen, wie ich das Wort Saison ausspreche oder Champions League und diese Kommentare teils sehr respektlos sind, dann nervt es nur noch. Denn ich würde gerne mit euch über das reden, was im Video thematisiert wird und nicht wie wieder dieses oder dieses Wort falsch ausgesprochen oder betont wurde. Ich versuche es so gut zu machen, wie es geht. Sollten doch mal Fehler auftauchen, tut es mir auf jeden Fall leid. Nummer 8 Perth Glory The Perth Glory FC ist ein 1995 gegründeter australischer Fußballverein aus der Stadt Perth. Mit einer Einwohnerzahl von fast 2 Millionen Menschen ist Perth die viertgrößte Stadt Australiens. Im Gegensatz zu Städten wie Adelaide, Melbourne, Sydney, Canberra oder Prisbane liegt Perth im Westen Australiens. Aufgrund der Tatsache, dass im Westen nur etwa 30 bis 35% der australischen Bevölkerung leben, gibt es im Nordwesten Australiens deutlich weniger Profi-Clubs als im Südosten. In der A-League der höchsten australischen Liga ist Glory der einzige Erstligist, der sich im Westen befindet. Aufgrund dieser geografischen Besonderheit benötigt der zweimalige australische Meister oft eine Weile, um Auswärtsspiele gegen andere Klubs zu besuchen. Da Australien ein großes Land ist und nicht jeder Fan das Privileg hat, mit dem Flugzeug zu Auswärtsspielen zu reisen, würde eine Auswärtsfahrt mit dem Auto oft schon über einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Die kürzeste Distanz zu einem anderen Verein beträgt 2,7.000 Kilometer zum FC Adelaide United, was mit dem Auto 28 Stunden wären. Nummer 7 New York Red Bulls Die New York Red Bulls sind ein US-amerikanisches Franchise-Team, das seit der Gründung des Wettbewerbs im Jahr 1996 Teil der Major League Soccer ist. Obwohl der Klub den Namen New York trägt, stammt er tatsächlich nicht aus New York, sondern aus der Kleinstadt Harrison im Bundesstaat New Jersey, die etwa 19.000 Einwohner zählt. Ursprünglich wurde er vor einem Jahr 1995 als Empire Soccer Club gegründet, bevor er 1996 in New York, New Jersey, Metro Stars umbenannt wurde. Der neue Name Metro Stars wurde gewählt, da die Besitzer des Teams, dem Medienunternehmen Metro Media angehören. Der städtebezogene Zusatz New York, New Jersey sollte verdeutlichen, dass das Franchise sowohl in New York als auch in New Jersey beheimatet ist. Zu dieser Zeit befand sich der Verwaltungssitz in New York, während das Stadion in New Jersey lag. Die Angabe New York, New Jersey führte häufig zu Auseinandersetzungen über den tatsächlichen Standort des Franchise. Um diese Diskussion zu beseitigen, wurde das Team ab 1998 nur noch Metro Stars genannt. Am 9. März 2006 wurde das Franchise von der österreichischen Energy Drink Firma Red Bull GmbH gekauft. Mit dem Eigentümerwechsel erfolgte eine vollständige Änderung des Namens, Farben und des Logos. Ursprünglich hatte Red Bull die Absicht, ein eigenes Franchise in New York zu gründen. Aufgrund der hohen finanziellen Belastung, ein Franchise in New York aufzubauen und tatsächlich dort spielen zu lassen, entschied man sich jedoch dafür, die Metro Stars zu übernehmen und den Bau eines neuen Stadions in Harrison zu unterstützen. Obwohl das neue Stadion nicht in New York steht, wurde das Franchise in Red Bull New York umbenannt und der Getränkekonzern erhielt auf diese Weise seinen New Yorker Club. Die Tatsache, dass Sportmannschaften den Städtezusatz New York tragen, aber nicht aus New York, sondern aus New Jersey stammen, ist bei den New York Red Bulls nicht einzigartig. Es gibt viele weitere Beispiele wie die New York Jets in American Football oder früher New York Cosmos. Der Erzrival der Roten Bohlen, der New York City FC, stammt hingegen wirklich aus New York. Nummer 6 UD Las Palmas Die Union der Portiva Las Palmas, kurz UD Las Palmas, ist ein spanischer Fußballverein und wurde 1949 gegründet. Aktuell spielt der Verein der zweiten spanischen Liga und steht dort aktuell auf einem direkten Aufstiegsplatz. UD Las Palmas ist hauptsächlich nicht wegen irgendwelchen Erfolgen bekannt, sondern wegen seiner geografisch außergewöhnlichen Lage. Denn während die große, große Mehrheit der spanischen Profimannschaften auf der iberischen Halbinsel beheimatet sind, stammt UD Las Palmas von den Kanarischen Inseln, die streng genommen geografisch zum afrikanischen Kontinent gehören. Da diese Inselgruppe vor den Küsten Marokkos und Westsaharas zum spanischen Königreich gehört, dürfen die Teams von den Kanaren am spanischen Liga-Betrieb teilnehmen. Das war aber nicht immer so. Ursprünglich waren den kanarischen Teams aufgrund der Entfernung zum Festland nicht erlaubt worden, am vom spanischen Fußballverband organisierten Fußballturnieren teilzunehmen. Doch nach intensiven Gesprächen genehmigte der königliche spanische Fußballverband am 6. Juni 1950 den kanarischen Teams, die Teilnahme an offiziellen spanischen Fußballwettbewerben. Seitdem hat der Klub 35 Spielzeiten in der höchsten spanischen Spielklasse verbracht und am zweimal am UEFA-Pokal teil. Neben Udi Las Palmas gibt es heute weitere bekannte kanarische Vereine im spanischen Profifußball, wie beispielsweise Cedi Teneriffa. Sie spielten 13 Spielzeiten in der Premierer Division und erreichten 1996-97 das Halbfinale des UEFA-Pokals, wo man am FC Schalke 04 scheiterte. Oder auch Udi Ibiza, ein junger 2015 gegründeter Klub, der gerade sein Debüt in der zweiten spanischen Liga feiert. Udi Las Palmas und die Kanarischen Inseln sind allerdings nicht die einzige geografische Kuriosität im spanischen Fußball. Es gibt auch viele weitere, wie zum Beispiel RCD Mallorca von den Balearischen Inseln oder Udi Milila und Aceuta aus den beiden von Spanien beanspruchten Gebieten. 1951-52 nahm mit Atletico Tetuane tatsächlich ein marokkanischer Fußballverein der Premierer Division teil, da damals das nordmarokkanische Gebiet bis 1956 ein Protektorat vom Königreich Spanien gewesen war. Nummer 5 Cagliari Calcio Cagliari Calcio ist ein italienischer Fußballverein, der im Jahr 1920 gegründet wurde. Aktuell spielt der Verein in der Serie B der zweithöchsten Liga Italiens. Nach Abschluss der regulären Saison belegt Cagliari den sechsten Platz und hat durch die Aufstiegsspiele die Chance, in die Serie A zurückzukehren. Nicht lange her, in der Saison 2021-2022, spielte der Verein in der Serie A und gehörte eher zu den Teams im unteren Mittelfeld. Dies war jedoch nicht immer der Fall. In den 1960er und 70er Jahren gehörte Cagliari zu den besten Fußballvereinen Italiens und wurde sogar in der Saison 1969-70 italienischer Fußballmeister und das als einziger Verein, der nicht vom italienischen Festland stammt. Denn beheimatet ist Cagliari auf der Insel Sardinien, die etwa 190 Kilometer vom italienischen Festland entfernt ist. Dies bedeutet, dass Fans des Klubs immer weite Wege auf sich nehmen müssen, um Auswärtsspiele zu verfolgen, da Cagliari der einzige Verein von der Insel ist, der sich derzeit in den beiden italienischen Profiligen befindet. Das letzte Mal, als Cagliari gegen einen anderen sardinischen Fußballverein antrat, war am 10. September 1939. Damals spielte der Verein im italienischen Pokal in der zweiten Runde gegen Olbia Calcio und gewann deutlich mit 9 zu 0. Izaienische Fußballfans müssen häufig hunderte von Kilometern reisen, um Auswärtsspiele in Cagliari oder auf den Festland zu verfolgen. Viele von ihnen reisen mit dem Flugzeug oder mit den Schiffen an, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Es kommt auch selten vor, dass Fans die weite Reise vom Festland nach Sardinien unternehmen, nur um letztlich nicht ins Stadion reingelassen zu werden. Ein solcher Vorfall ereignete sich im Februar 2009, als hunderte von Fans aus Bergamo betroffen waren. Obwohl das CRSMS ein Komitee zur Wahrung der Sicherheit bei Sportveranstaltungen in Italien entschieden hatte, dass beim Spiel zwischen Cagliari Calcio und Atalanta Bergamo keine Gästefans zugelassen werden sollten, reisten rund 100 Bergamo-Fans mit dem Auto und mit dem Flugzeug nach Sardinien. Trotz gültiger Eintrittskarten durften sie letztendlich nicht ins Stadion. Die Kosten für die Eintrittskarten wurden den Bergamo-Fans zwar erstattet, aber sie bleiben vorerst auf den Reisekosten sitzen. Nummer 4 FC SKA Tchabarovsk Der FC SKA Tchabarovsk ist ein russischer Profi-Fußballverein, der derzeit in der zweithöchsten Spielklasse Russlands aktiv ist. Der 1946 gegründete Fußballverein erreichte 1963 das Viertelfinale sowjetischen Fußballpokals und spielte 2017-18 erstmals in der russischen Premier League die höchste Spielklasse des Landes. Was den FC SKA Tchabarovsk jedoch besonders macht, ist seine geografische Lage. Wie wir alle wissen, ist die russische Föderation nach Fläche das größte Land der Welt und je östlicher man geht, umso weniger ist los. Genau dort, im tiefsten Osten des Landes, befindet sich die Stadt Tchabarovsk, die Heimat des FC SKA Tchabarovsk. Mit mehr als 6000 Kilometern östlich von Moskau ist SKA das östlichste Team, das an einer inländischen Spitzenklasse der UEFA teilgenommen hat. In der zweiten russischen Liga trifft der SKA Tchabarovsk regelmäßig auf den FK Baltica, einen Verein aus der russischen Exklave Kaliningrad, die zwischen Polen und Litauen liegt. Um ein Auswärtsspiel zwischen diesen beiden Mannschaften zu besuchen, müssen Fans eine Strecke von beeindruckenden 9.651 Kilometern zurücklegen und eine Autofahrt von 5 Tagen und 7 Stunden im Kauf nehmen. Selbst für die kürzeste Distanz zum FC Yenisei Granujas würde ein Auswärtsfan über 4000 Kilometer fahren und mehr als zwei Tage benötigen. Nummer 3 CS Maricimo Der Club Sport Maricimo, kurz CS Maricimo, ist ein portugiesischer Profi-Fußballverein, der in der Saison 2012 13er UEFA Europa League teilgenommen hat. Der Verein wurde 1910 in Funchal, der Hauptstadt der Insel Madeira, gegründet. Obwohl Madeira geografisch zum afrikanischen Kontinent gehört, ist dies portugiesisches Staatsgebiet von Portugal, wodurch CS Maricimo berechtigt ist, an offiziellen Turnieren dieses Landes teilzunehmen. Seit 1977 spielt der Club ununterbrochen in der 1. Liga und wurde sogar 1926 portugiesischer Fußballmeister. Um Auswärtsspiele zu verfolgen, müssen die Fans des CS Maricimo regelmäßig weite Distanzen über das Wasser zurücklegen, was mit hohen Kosten verbunden ist. Die einzige Ausnahme, wo der Verein keine weite Distanzen auf sich nehmen muss, noch nicht mal die Stadt verlassen, ist der, als auch der aus Funchal stammende CD National noch erstklassig spielte. Genau dieser Club hat auch den zweitbesten Fußballer aller Zeiten ausgebildet und da Ronaldo ebenfalls auf Madeira geboren wurde, macht es ihn streng genommen zu einem Afrikaner und nicht zu einem Europäer. Nummer 2 AC Ajaxio Der Athletic Club Ajaxien, auch AC Ajaxio genannt, ist ein französischer Fußballverein, der in der abgelaufenen Saison in der Liga der höchsten französischen Spielklasse gespielt hat. Gegründet wurde der Verein 1910 in Ajaxio, die Hauptstadt der französischen Insel Corsica. Corsica, französisch Cors, ist nach Sizilien, Sardinien und Zypern die viertgrößte Insel im Mittelmeer. Bis in die Mitte 18. Jahrhundert gehörte die Insel zur Republik Genua, ehe sie am 15. Mai 1768 an Frankreich verkauft wurde. Ein Jahr später, 1769, wurde in Corsica Napoleon Bonneparte geboren, einer der größten Generäle in der Geschichte und wäre er ein Jahr früher geboren, wäre Napoleon sehr wahrscheinlich kein Franzose, sondern Italiener. Seit über 255 Jahren unter französischer Kontrolle fühlen sich viele Corsen vom Festland benachteiligt und streben nach mehr Autonomie, manche wollen sich sogar von Frankreich loslösen. Dieser Wunsch wird auch in den Fußballstadien korsischer Teams wie AC Ajaxio oder SC Bastian durch Fangesänge, Spruchbänder, Plakate und leider manchmal durch Gewalt zum Ausdruck gebracht. Bei Spielen, insbesondere gegen Teams vom Festland, spürt man die Anspannung deutlich. Obwohl Corsica eine eigene Fußball-Narzt-Narmenmannschaft besitzt und auch selbst Fußballturniere in Corsica veranstaltet, möchten die meisten korsischen Fußballfans im Falle einer tatsächlichen Unabhängigkeit weiterhin Teil des französischen Liga und Spielbetriebes bleiben, ähnlich im Falle Monakos. Bisher haben nur drei korsische Fußballmannschaften den Aufstieg in die Ligue 1 geschafft. Der AC Ajaxio, der letztes Jahr in der ersten Liga gespielt hat, Gerselic Ajaxio, der dieses Jahr allerdings aufgelöst wurde und SC Bastian, die 1980, 1981 sogar die Coupe de France den französischen Fußballpokal gewann. Wir nähern uns die Nummer 1, aber wie immer gibt es ein paar lobenswerte Erwähnungen. Die von den britischen Kronbesitztümern stammenden Fußballvereinen die Jersey Bulls, FC Grantsay und Isle of Man FC in England, der von den Osterinseln stammende CF Rapa Nui in Chile, OFI Griet in der Hellenischen Republik, FC Buginville in Papua Neugirnäa und der von der autonomen Region Orland stammende IFK Mariham in Finnland. Nummer 1 GS Saint Pierre Jeunesse Sportive Saint-Pierros, kurz GS Saint-Pierre, ist ein französischer Fußballverein, der im Jahr 1950 gegründet wurde. Dieser Club hat seinen Ursprung weder auf dem französischen Festland noch auf der Insel Corsica oder irgendein anderen Ort in Europa. Denn der GS Saint-Pierre stammt aus dem französischen Überseegebiet La Réunion, einer Insel im Indischen Ozean, die über 9000 Kilometer von der französischen Hauptstadt Paris entfernt liegt. Obwohl La Réunion kein offizielles Mitglied der FIFA ist und nur eingeschränktes Mitglied im afrikanischen Kontinentalverband, verfügt die Insel über eine eigene Fußballnationalmannschaft und trägt nationale Meisterschaften aus. Mit 21 Ligatiteln und 12 Pokalsiegen zählt die GS Saint-Pierre zu den erfolgreichsten Teams der Insel. Auch wenn der Verein nicht am französischen Ligabetrieb teilnehmen darf, ist er als französisches Überseegebiet traditionell berechtigt, am Coupe de France teilzunehmen. Zahlreiche Mannschaften aus französisch-Guayana, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Guadeloupe, Miquelon sowie offizielle FIFA-Mitglieder wie Tahiti oder Neukaledonien nahmen an französischen Fußballpokal teil. Doch keines dieser französischen Überseegebiete hat es jemals so weit geschafft, wie La Réunion mit G.S. Saint-Pierre. Im Jahr 2019-20 erreichte der Verein nach einem Sieg gegen einen französischen Fünfligisten das 32. Finale des französischen Fußballpokals und traf dort auf den französischen Zweitligisten Chamois-Nyon. Für dieses Spiel legte der Verein eine Strecke von 9.400 Kilometern zurück und wurde von etwa 100 Auswärtsfans nach Nyon begleitet. Obwohl G.S. Saint-Pierres absoluter Underdog angereist ist, sorgten sie für eine Überraschung und besiegte den französischen Zweitligisten Chamois-Nyon mit 2 zu 1 und zog somit als erstes Team, das nicht vom französischen Festland stammt, ins 16. Finale des französischen Pokals ein. Anschließend musste der Verein erneut tausende Kilometer reisen, um gegen den fielligisten Stars Epinal anzutreten und verlor leider schließlich in der Verlängerung 0 zu 1. Trotz des Ausscheidens im französischen Pokal-Wettbewerb gilt dies als größte Errungenschaft in der Vereinsgeschichte, möglicherweise sogar größer als der Einzug in die zweite Runde der afrikanischen Champions League im Jahre 1997. Was mich bei der Recherche zum Verein mega überrascht hat, ist, welche Spieler alle mal dort gespielt haben. Roger Miller, Jean, Pierre Papin, Floren, Simmann, Pongole oder auch Dimitri Payet waren alle mal dort. Krass, welchen Aufwand manche Fans auf sich nehmen müssen, um ihren Klub auswärts zu unterstützen. Was war bisher eure heftigste Auswärtsfahrt? Kommt dies an die acht genannten Vereine ran? Schreibt eure Geschichten gerne in die Kommentare. In der Endcard findet ihr das zu Beginn erwähnte Video mit zehn im Ausland spielenden Fußballvereine und eine Reaktion von Veloce Studio über mein Video zu den politischsten Fußballvereinen der Welt. Lass mal Grüße da. Liken und abonnieren nicht vergessen. Folg mir auf Instagram, EdnaereFootball. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.